Ich kann ja eigentlich gar nicht anders als nur lächeln. Genau. Was ich dir will sagen, du bist so ein positiver Mensch. Also wenn ich mit dir Auto fahre, ich fahre ja oft in unsere Bandprobe, denn wenn du mir etwas erzählst, ist es zu 90% positiv. Logisch nervst du dich ab und zu über irgendetwas, ah, das und das. Aber die meisten Geschichten und Erzählungen sind immer irgendwie positiv. Hast du das Gefühl, dass das einen grossen Teil davon hat, dass du überhaupt fähig warst, das aufzubauen, wo du dich aufgebaut hast? Ja, das ist jetzt relativ schwierig zu beantworten. Also ich meine, klar merke ich, dass es mir eigentlich immer gut geht. Ja. Und sehr selten, wirklich sehr, sehr selten, geht es mir schlecht. Sehr gut. Von dem her, ich sehe das eigentlich wie, das bin einfach ich so. Und ich bin aber definitiv der Überzeugung, dass nicht jeder das so wahrscheinlich angebracht hat wie ich. Spannend. Und dass das einen grossen Beitrag dazu leisten. Also meine Person. Ich verkaufe meine Produkte über meine Person. Und das, ja, das hängt definitiv mit meinem Erfolg zusammen. Ich habe einen Kollegen, der sich auch einen Traum erfüllt, und der ist eben auch so positiv. Und der sagt auch immer, es geht mir eigentlich immer gut. Ich weiss nicht, ob das Grundvoraussetzung ist. Ich glaube, es ist ein mega grosser Punkt. Ja. Weil mir geht es sehr oft schlecht. Also ich habe das Gefühl, es ging mir schlecht. Und ich ziehe auch viel aus dem Gefühl heraus. Das kann ich bestätigen. Also ich habe ja deinen Werdegang genauso miterlebt. Und ich glaube, du kannst dich viel mehr verbessern, wenn du gepisst bist. Ich bin ich besser. Wirklich? Ja. Wenn du oft sagst, ja das ist irgendwie und so, dann kann ich das einfach nicht so machen, wie ich das will. Aber vielleicht ist genau das das, was dich antreibt. Was meinst du, Robin, wenn er so wäre wie du? So positiv? Oh Gott, keine Ahnung. Weiter? Also ich kenne ihn ja als sehr positiver Mensch. Ein sehr aufbauender Mensch. Und als ein Mensch, der sehr fest in andere Menschen glaubt. Und ein enormes Talent dafür hat, Menschen zusammenzubringen. Kann ich noch mehr wissen, wie das angefangen hat? Denn Robin weiss eh schon alles. Aber damit wir das auch noch wissen, wie das angefangen hat, was du machst usw. Ich finde das extrem spannend. Ich habe schon immer gewusst, ich will mal etwas machen. Aber ich habe nie gewusst, was es ist. Und ein Gast, der heute hier ist, Marcel. Der war ja früher dein Chef. Und der hat bei Juminette, habe ich mal dort kennengelernt und wollte damals eine Kochsendung machen. Und wir haben dort lustigerweise herausgefunden, dass er auch Koch gelernt hat, so wie ich. Und ich glaube, dass ich mich wie habe zuerst die Idee finden musste, die mir der Drive gibt, um es wirklich durchzuziehen. Weil das damals hat nicht geklappt. Aber bringe uns sogar den Moment, wo du die Idee gehabt hast, doch, ich baue Schlagzeuge. Also generell, die Idee war glaube ich so eine Kombination aus einer Marktlücke entdecken und meiner eigenen Leidenschaft. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren Schlagzeuge und ich habe damals einfach mal das erste Geld gehabt, um mir selber ein Schlagzeug zu kaufen. Und ich habe über die Zeit, in der ich einfach Schlagzeug gespielt habe, gewusst, was ich will und was ich nicht will. Und ich habe einfach das perfekte Schlagzeug nicht gefunden. Schlichtweg. Und jetzt war es irgendwie völlig absurd naheliegend, für mich das selber zu machen. Und es war sehr schwierig. Viel schwieriger als erwartet. Aber es hat funktioniert. Mit viel Lehrgeld. Ich habe viel Lehrgeld investiert. Geld ist ja etwas Spannendes. Ich höre von vielen folglichen Leuten, wie z.B. auch von Oliver vorher, dass Geld eigentlich nicht wichtig ist. Also, dass man viel Geld macht. Sondern man sieht Geld eher als Benzin, den man wieder reinschmeisst ins Unternehmen. Richtig, das sehe ich auch so, ja. Um etwas vorwärts zu bringen. Also Geld ist kein Ziel. Was dir die allermeisten Möglichkeiten bietet, ist nicht jemanden kennenzulernen, der dir Möglichkeiten bietet, sondern dich selber so vernünftig zu leben und so bescheiden zu leben, dass du das Geld in deine Idee investieren kannst. Und ich bin z.B. eine Person, ich bin sehr, sehr bescheiden. Also, wie er vorher auch gesagt hat, ich habe kein Auto. Ich fahre eigentlich Zug. Ich habe irgendwie nicht eine geile Wohnung oder ein geiles Auto oder irgendetwas. Sondern ich habe halt mein Kind sozusagen. Und ich muss an diesem Punkt sagen, ich habe dieses riesige Glück, eine Partnerin zu haben, die mich unterstützt. Nicht nur psychisch, sondern auch finanziell. Also, ich glaube, das ist ein grosser, das ist sehr wertvoll. Ja. Trotz all dem Positiven gibt es doch trotzdem Momente, auch wenn du es verdammt machst und alles. Aber so Tage, wo es dich verdammt anscheisst und einfach nur anrühren möchte. Ja, das gibt es tatsächlich. Ich glaube, das kann ich irgendwie verbinden mit dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem nach dem Schmerz kommt der Erfolg. Ich sehe es jetzt nicht als Schmerz, aber es gibt Momente, wo ich wirklich nicht schlafen kann. Weil ich jetzt zum Beispiel eine Deadline erfüllen muss. Und ich weiss, dass das Drumset am nächsten Tag einfach fertig sein muss. Und ich weiss vielleicht, ich kann es nur schaffen, wenn ich jetzt heute Nachtschicht einlege. Oder zum Beispiel auch... Also, ich würde mich selber als ein sehr... Ich würde mich als ein Mensch bezeichnen, der sehr... Wie soll ich sagen? Es ist mir wichtig, dass die Leute das von mir bekommen, was ich ihnen verspricht. Also, ich bin sehr gewissenhaft. Ich bin sehr gewissenhaft. Und das ist manchmal auch mein Laster. Also, ich kann dann einem Menschen sehr schlecht sagen, nein, du kommst jetzt das nicht rüber. Und das hast du aber schon mal müssen? Das hat es auch schon gegeben. Und das hat sich wie angeschült? Das liegt in der Natur eines Unternehmers, glaube ich. Und auch dadurch, dass ich ein Nischenprodukt herstelle, das mit individuellem Material zu tun hat. Ich will auch jetzt nicht langweilen. Aber es gibt Momente, wo es sehr schwierig ist, gewisse Versprechen einzuhalten. Und dort ist für mich der Moment, wo es sehr schwierig ist, wo ich sage, Scheisse... Und was läuft dann ab? Das verklemmt mir wie die Luft. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht essen. Und dann musst du die Hürde nehmen und dann geht es dir verdammt gut. Das ist der Moment, wenn du einfach dem Menschen anrufst und sagst, Hey, shit, morgen klappt es nicht. Aber vielleicht morgen Abend oder übermorgen. Und dann bringst du ihm das und er hat so Freude daran. Und du weisst, er hat es wieder geschafft. Dann hast du gerade wieder... ...einen Boost. Wahnsinn. Ja. Und das bringt dich für, glaube ich. Das stimmt schon, was auch du gesagt hast. Ja. Und wer hat uns gedacht, sieben Jahre lang gibt es dein Unternehmen schon? Du hast jetzt letztes Wochenende... Ja, da hast du eine Freude. Also man glaubt es eigentlich gar nicht, oder? Man denkt oftmals, fuck, schon sieben Jahre durch. Und du hast eine Party gemacht im Club Industrie in Wadenswil, wo Bands aus Straßburg extra kamen und haben gratis für dich gespielt. Ja, richtig, ja. Es war ein Riesenfest gewesen. Und gleichzeitig ziehst du jetzt noch in eine grössere Werkstatt. Ja. Ja. Das ist einer meiner Träume, die ich seit langer Zeit gehabt habe. Also ich wollte immer genug Platz haben, um so zu arbeiten, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist jetzt tatsächlich passiert. Also ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sagen kann, die Leute wollen meine Beziehungen. Ich muss dazu sagen, ich mache das nicht alleine. Also ich mache das mit meinem Bruder, wir haben zusammen diese Firma, wir sind Partner. Und die Leute wollen unsere Produkte kaufen. Und das bringt uns an den Punkt, wo wir sagen können, wir können Geld wieder investieren, um mehr Produkte herzustellen. Mir ist aber, das will ich unbedingt an diesem Punkt sagen, mir ist sehr wichtig. Ich will nie der Mensch werden, der einfach verkauft. Immer. Also Geld mit dem verdienen, was ich mache, ist wunderschön. Aber ich habe eine sehr romantische Vorstellung von meinem Unternehmen. Und die versuche ich mit aller Kraft zu wahren. Und wie ist die? Die ist, ich will dieser Mensch sein, zu dem du zum Beispiel. Wenn du jetzt, sag mal, du heisst Kevin und du lebst in Lissabon. Und du findest meine Webseite und du findest meine Designs so wahnsinnig geil, dass du unbedingt von mir ein Instrument kaufen willst. Und dass ich dir dann mit offenen Armen sagen kann, du kannst. Du kannst das, was du willst. Genau. Und ich will eigentlich nicht die Firma sein, die kein Gesicht hat, die irgendwo ihre Produkte in Läden platziert, die nach einem Menschen reingehen und sagen, ich habe jetzt Geld, ich will jetzt ein Instrument kaufen. Sondern ich will dir eine Geschichte verkaufen. Von deinem Bruder und dir. Dein Bruder, der dich ja unterstützt in deiner Idee. Und das ist vielleicht so klassisch. Vielleicht muss das ja genau der grosse Bruder sein, der an die Idee vom kleinen Bruder glaubt. Da reden wir auch daran. Er lebt ja deinen Traum mit. Ja, das ist so. Woher nimmt er den Glauben an dich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist nicht sein Kind so fest, wie es mein Kind ist. Aber ich glaube, der Erfolg gibt dem Unternehmer recht. Und die Möglichkeit, zusammen etwas zu machen. Also für uns, denke ich, ist die Beziehung, die wir miteinander haben, die Energie, die wir miteinander in dieses Projekt stecken können, uns auch wahnsinnig zusammengebracht. Und ich glaube, er schöpft wie natürlich ein bisschen einen finanziellen Aspekt daraus raus. Aber gleichzeitig auch der Aspekt, dass wir Zeit verbringen miteinander und zusammen etwas machen. Könnte das auch mal zu einem Problem werden, meinst du? Mit dem Bruder zusammen? Oder ist eben genau das gerade das Rezept? Es ist sehr schwierig. Ich glaube, ich könnte auch mit jemand anderem mein Unternehmen erfolgreich führen. Aber es ist tatsächlich so, dass seine Inputs auch enorm wichtig sind. Also wenn es nach mir geht, ich würde alles machen. Ich würde eine neue Werkstatt kaufen. Ich würde jede Maschine, die ich brauche, sofort kaufen, wenn ich ein bisschen Geld habe. Und er ist dann eher der, der sagt, nein, jetzt musst du mal schön den Ball flach behalten. Jetzt warten wir mal. Die Auftragslage ist super. In zwei Monaten sieht es wieder besser aus. Dann können wir wieder Geld investieren und wieder Geld raus. Also er ist da ... Also er ist da ... Also er ist der Kopf und du das Herz. Ich glaube, man kann das schon so sagen, ja. Und es funktioniert vielleicht auch so gut, weil es eben dein Bruder ist. Und der bleibt dein Bruder, weisst du? Es ist nicht einfach ein ... Da sind wir verwurzelt, familiär zusammen. Absolut, ja. Da kann man auch mal einen Streit austragen. Und man ist sich gewohnt, wie der andere reagiert. Man kennt sich ja schon ewig. Richtig, ja. Das haben wir schon gelernt durch das Projekt. Also wir hatten früher nicht so ein enges Verhältnis zueinander, wie wir jetzt haben. Und beschreib das Glücksgefühl, das hast du ja erlebt, wenn du deine Lieblingsband siehst auf einer grossen Festivalbühne mit deinem Elbidrum spielen. Wie fühlt sich das an? Ganz anders, als du es dir wahrscheinlich vorstellst. Speziell. Ich habe vor, ich glaube, drei Jahren oder so an Turbostad, das ist eine Band, die ein Schlagzeug hat von mir und die wirklich eine meiner absoluten Lieblingsbands ist. Also für mich ist es bis heute noch unglaublich, dass ich diese Band für mich erwärmen konnte. Dann war ich an einem Konzert im Exil, das ist jetzt zwar nicht ein Riesenfestival, aber wir waren im Exil. Und ein Kollege von mir, der nur so spärlich gewusst hat, was ich mache, ist neben mir gestanden und hat das Schlagzeug gesehen und hat gesagt, Hey, das muss doch jetzt auch unfassbar geil sein. Und ich empfinde das nicht so. Ich glaube, für mich ist die Freundschaft, die ich mit dieser Person habe, das, was entscheidend ist. Dass ich der ein Versprechen mache, das Versprechen halte und du das... Also ein Schlagzeuger von Turbostad. Richtig, ja. Richtig, ein Schlagzeuger von Turbostad. Also, dass ich ihm seinen Wunsch erfülle, das ist das Schöne. Dass der weiss, ich will das Schlagzeug haben und ich bin der, was es ihm nachher gibt. Und dass ich nachher an jedes Festival gehen kann, wo die Bands spielen, und dort kann man das ansehen. Das ist ein mega gutes Gefühl natürlich. Aber es ist nicht annähernd so gut, wie für jemanden das überhaupt herzustellen. Darf ich noch? Ich kenne mich überhaupt nicht aus in dieser Branche. Wie ist die Konkurrenz? Also bist du der, der eh der Einzige ist in einem weiteren Umkreis oder hast du extrem viele Konkurrenten? Also man muss es so in verschiedenen Märkten sehen. Also in Europa sind wir eine der wenigen Firmen, die so ein Angebot hat. Das ist ja so. Uns war immer sehr wichtig, dass wir das Spektrum riesig behalten, dass wir wirklich möglichst viele Optionen bieten. Und das zeichnet uns auch ein wenig aus im Vergleich zu anderen. Von daher würde ich sagen, wir haben definitiv Konkurrenz, aber wenn man sich ein wenig auskennt, erkennt man auch diesen Unterschied. Aber ich muss wirklich etwas sagen, also die Band, die vorhin da war, die beeindruckt mich wahnsinnig. Ich habe nie im Leben dieses Unternehmen gegründet, wissentlich, dass es einen riesigen Pool von Bands gibt, die alle den gleichen Traum haben. Also ich habe wie von Anfang an gewusst, hey, die Marktlücke ist da, es muss sich jemanden füllen. Und das hat dann nachher dazu geführt, dass ich überhaupt Erfolg haben konnte. Wenn ich mir überlege, ich meine, wir machen jetzt seit 10 Jahren Musik mit unserer Band. Es ist längst klar, dass es einfach ein Hobby ist und uns Spass macht und uns das extrem bereichert so untereinander. Aber ich glaube, wenn wir so verpissen gewesen wären oder wären, wie es diese Band ist, glaube ich, könnten wir es schaffen. Bin ich überzeugt. Ja. Aber ich war nicht genug überzeugt für diese Band. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass wir alle immer etwas anderes zu tun haben. Also die Band ist nicht Nummer 1, sondern das, was wir sonst machen. Es müsste bei allen Nummer 1 sein. Und ich hatte mit unserem Bassist schon immer eine Diskussion. Und der hat immer gesagt, ich brauche meinen Job, ich brauche mein Geld. Und hätte sie sich das nie getraut, alles auf die Band zu setzen, das weiss ich auch von ihm. Wir haben ein paar mal diskutiert und es funktioniert eben nur, wenn alle wollen, aber voll, oder? Ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Das hast du auch schon oft sehr bildlich... Oh, das kann ich mir vorstellen. Vor der Band vorgeführt. Ja, ja, ja. Also in meinem Leben funktioniert es. Aber ich finde es ist auch schön. Also für uns ist es ja perfekt. Genau, ja. Also ich bin glücklich. Und ich bin froh, habe ich nicht die riesige Last, die diese Band hat. Also ich bin jetzt an dem Punkt, zum vielleicht auf die Frage, die du vorher am Fotografen... Sorry, ich habe lachen. Oliver. Oliver, dass du ihn gefragt hast, ob er an dem Punkt ist, wo er sich zurücklehnen kann. Mhm. Ich habe das wahnsinnige Glück. Ich kann das. Mit meinem Geschäft. Okay. Also ich bin eigentlich einfach da. Und Menschen finden mich und schreiben mich an und sagen, hey, ich finde das, was du machst, so wahnsinnig gut. Ich will unbedingt ein Teil davon werden. Ich will gerne von dir ein handgemachtes Schlagzeug haben. Also der Kohle kommt eigentlich automatisch rein, wenn man so will. Du musst es einfach noch ausführen. Uh, nein. Ja, ich muss wahnsinnig viel ausführen. Ja, aber du musst nicht darum kämpfen, dass es kommt. Richtig. Das ist, glaube ich, auch sehr wertvoll für mich, als wenn ich immer da in Energie investiere. Wenn es so wäre, würdest du es durchziehen? Oh, keine Ahnung. Also ich weiss es im Fall wirklich nicht. Ich meine, ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich einfach dort vor sieben Jahren gestanden bin und gesagt habe, wenn ihr ein Schlagzeug, ich mache euch eins. Und dann hat immer irgendjemand gefunden, ja, ich will eins. Also ich kann das gar nicht sagen. Also ich habe wirklich das Glück immer gehabt. Hast du dir vorstellen, dass sieben Jahre später jetzt an diesem Punkt bist? Oder hast du davon getroffen? Oh, das ist interessant. Hast du gedacht, du schaffst es? Ja, ich glaube, ich habe immer gewusst, ich werde arbeiten. Wuschtest du? Ja. Aber ich hatte ein anderes Ziel. Also ich hatte immer das Ziel, ich will der geilste Schlagzeugbauer in Europa werden. Ja. Und das hat aber auch in Bezug auf Quantität und auf Präsenz im Markt. Und von dem bin ich ganz klar weggekommen. Also ich will nicht mehr die Nummer eins sein in Europa, in allen Läden, überall sein, einfach der sein. Sondern ich will eben, wie ich vorhin erklärt habe, ich schöpfe viel mehr draus raus, wenn ich einfach weiss, ich bin da und du kannst zu mir kommen und du kannst etwas von mir haben. Also ich will lieber so der kleine exklusive Typ sein. Das gefällt mir viel besser, das Image. Und das ist auch so das Romantische. Und das ist auch etwas, das ich nicht bereit bin zu opfern. Also ich hätte schon mehrmals, ich meine, wir haben die letzten drei Jahre immer an der Musikmesse ausgeschrieben. Das ist eine riesige Messe, wo alle Schlagzeughersteller mehr oder weniger von der Welt präsent sind. Und dann kommen die Leute zu dir und sagen, ja, ich kaufe dir zehn Schlagzeuge ab und zehn Snairs. Aber, zum Beispiel, ich bin der Einzige, der deine Produkte übers Internet verkaufen darf. Oder ich bin der Einzige, der deine Produkte in Europa verkaufen darf. Oder in Deutschland. Dort ist der Moment da, wo ich einfach ganz klar sage, das ist nicht mehr dein zu enden. Way off von meiner Idee. Also verstehe ich und finde ich extrem cool. Aber hast du nicht nach so einem Deal, wo du eigentlich Platz lässt, einmal schnell gedacht, Ist das jetzt gescheit gewesen? Ganz klar, ja. Aber ich glaube, mir gibt den Erfolg recht. Und die Leute wollen das, was ich mache, genau aus diesem Grund auch. Sie kaufen alles mit. Sie kaufen die Philosophie mit. Sie kaufen die Geschichte mit. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute wollen. Also sie wollen eine Geschichte haben. Und sie wollen nicht in einem Online-Stormies-Produkt einfach per Mousse-Click kaufen. Und sie wollen sie wie zwei Brüder in ihrem Traum leben. Dankeschön, du bist da gewesen. Also großartig hast du es gemacht. Schön, dass du mit dabei bist. Du darfst gerne noch da bleiben. Ich bleibe noch. Es nimmt mich wundern, was Marcel zu erzählen hat.